Hallo ihr Lieben, in diesem Video geht es um ein uralt Theorem von mir, einen ganz alten Gedanken, wie ich ja, ich werde ja auch immer älter, immer die gleichen Dinge anfangen zu erzählen, also richtig Neues kommt von mir nichts, nur auf neue Weise, weil ich so mein persönliches Weltbild mittlerweile, glaube ich, weitestgehend abgesteckt habe. Ab und zu passiert noch was, was mich dann immer sehr freut, was wirklich ganz neu ist, ein neues kleines Buzzelsteinchen, das gibt es schon noch, aber so der Grundrahmen, das ist mir so mehr oder weniger passiert, steht, ja, so von meinem merkwürdigen Weltbild, das ich mir so gezimmert habe und da ist eben ein Baustein folgendes, um was es hier geht, was sich mal in einer sehr ungünstigen Wortprägung empathischer Totalitarismus genannt hat, das ist ein völlig abtörnender Begriff, meint aber eigentlich was sehr Interessantes oder Positives und vielleicht gibt es eine bessere Bezeichnung dafür, man könnte es auch Nicht-Neutralität der menschlichen Beziehung oder Nicht-Neutralität der menschlichen Begegnung nennen und das ist folgende ideologische Setzung von mir und zwar sagt die folgendes, es ist nicht möglich, dass zwei Menschen sich in einem gleichen oder auch nur weitestgehend Bezugsraum zueinander befinden, ohne dass sie sich entweder gemeinsam runterziehen oder gemeinsam raufziehen, das ist natürlich eine metaphorische Redeweise, wo man sofort fragen kann, was heißt denn runterziehen, was heißt raufziehen, ich sage mal so, ohne dass es als Ergebnis der Beziehung oder der Interaktion hinterher entweder beiden besser geht oder beiden schlechter geht. Das heißt, was nicht möglich ist, was wir aber häufig unbewusst als möglich setzen, ist ein neutrales Nebeneinander her existieren, dazu sind wir Menschen systematisch nicht in der Lage und das habe ich wie gesagt mal empathischen Totalitarismus genannt. Wenn man das ganz ins Positive drehen wollte, also ganz optimistisch betrachtet, könnte man sagen, in jeder Beziehung, in jeder Begegnung zwischen zwei Menschen oder auch mehr Menschen liegt eine Chance, dass es hinterher als Ergebnis der Interaktion allen besser geht. Dazu sind wir menschenfähig, also wir sind sozusagen in der Lage, einander gut zu tun, leider sind wir auch zum genauen Gegenteil in der Lage und das ist leider derzeit zumindest der häufigere Fall. Also zwei Menschen haben miteinander zu tun und hinterher geht es beiden schlechter als vorher, ist der häufigere Fall und wenn ich das also wieder etwas flapsig zurechnen muss, woran liegt denn das? Das liegt an einer Menge Dinge, das liegt nicht an dem, was ich jetzt gleich sagen werde, also es ist sehr viel natürlich komplexer und voraussetzungsreicher, es gibt sehr viele Faktoren, die da eine ganz entscheidende Rolle spielen, Aber ein Aspekt, sage ich mal, davon ist, dass viele Menschen in ihrem Alltag nicht davon auszugehen scheinen, dass Menschen überhaupt sowas haben wie eine Seele. Und das ist natürlich wieder eine problematische Redeweise, zumindest für einen eher evolutionär, wissenschaftlich denkenden Menschen wie mich, weil im europäisch-kulturellen Kontext, wenn man von Seele redet, immer mitschwingt, das ist einfach die Prägung und das ist nicht rauszubringen, so dieses Denken, die Seele sei etwas vom Körper getrenntes, das sich dann im Tod vom Körper löst. Naja, das ist halt Platon und der ganze andere Mist, ja, also diese persönliche, geistig-seelische Unsterblichkeit, die den Körper als Hülle zurücklässt und so, so denke ich nicht, wenn ich von Seele rede oder von Psyche rede, was nichts anderes ist als die Seele in Altgriechisch, aber gut. Und was ich sagen will, dass wir im Alltag häufig nicht auf dem Schirm haben oder so agieren, als hätten wir keine Seele, ist, dass wir diese feinarten Nuancen, die wir alle mitbringen, und zwar wir alle, einfach ignorieren und grob drüber weggehen. Sehr häufig passiert im Alltag Folgendes, wir tun einander wirklich weh, wir tun einander wirklich schlecht, aber wir tun so, als würden wir das nicht tun. Also wir leugnen sozusagen das gerade faktisch sich ereignende Geschehen zwischen uns. Wir bagatellisieren, dass hier gerade was drastisch verunglückt ist. Und dann normalisieren wir das und gewöhnen uns daran, dass also wirklich unser Beziehungsniveau, unser Interaktionsniveau, unser Gesprächsniveau, die Qualität, die das hat, unterirdisch schlecht war gerade. In einer Welt, in der wir anerkennen, dass wir alle eine Psyche haben und wo das nichts Bedrohliches hat, sondern was Erleichterndes hat, also in einer, ich würde sagen, psychologisch realistischen Welt oder sagen wir genauer in einer Gesellschaft, die von ihrem Mindset her und ihren Redegewohnheiten und Handlungsgewohnheiten psychologisch, menschlich, psychologisch realistisch unterwegs ist, würde es so aussehen, dass wir auf diese Störungen, auf diese beständigen Störungen reagieren würden und sagen würden, sorry Leute, aber so können wir nicht weitermachen. So geht das nicht. Wir können nicht einfach jetzt so tun, als wäre gerade nichts passiert. Das machen wir derzeit beständig. Wir machen das in unseren Freundschaften, machen das in unseren Nachbarschaften, machen das in unseren privaten Vereinigungen, wir machen das in unseren Firmen und Teams, wir machen das in unseren Familien und wir machen das in der Politik. Wir tun so, als würden wir einander nicht schlecht tun, obwohl wir das faktisch tun. Also wir spielen Neutralität nach der Devise, ist ja nichts gewesen, ist ja wohl nicht so schlimm, während es tatsächlich fatal schlimm ist, vor allem vor dem Hintergrund, dass das Gegenteil, dass wir einander gut tun, immer auch möglich gewesen wäre. Also das ist natürlich eine ziemlich anspruchsvolle und ziemlich steile These. Ich behaupte, dass zwischen zwei beliebigen Menschen, wirklich zwei beliebigen Menschen, immer auch eine gute Interaktionsform theoretisch möglich ist. Oder sagen wir mal nicht nur theoretisch, praktisch möglich wäre, unter ganz bestimmten Voraussetzungen, die aber häufig nicht gegeben sind. Das heißt, kein Mensch muss einem anderen Menschen schlecht tun oder, gemäß der Generalthese des empathischen Totalitarismus, jeder Mensch könnte jedem Menschen gut tun. Das ist drin. Ich weiß, dass unser Alltagserleben völlig anders ist. Also das, was ich hier behaupte, ist völlig kontraintuitiv. Da würden die allermeisten Menschen sagen, weil das widerspricht doch meiner Erfahrung. Ja, also da gibt es doch den und den und die und die. Und niemals könnte das irgendwie gut gehen. Und niemals könnte ich dem gut tun oder könnte der mir gut tun oder sie. Ja, das ist so unsere Alltagserfahrung. Ich behaupte, dass das den Bedingungen unter unserer Begegnung und des sozialen Kontextes geschuldet ist, dass wir es so erleben. Also sozusagen, es ist immer schon ein Resultat. Unser Leben ist nicht kontextfrei, sondern als Ergebnis bestimmter Dynamik erleben wir das so, es wäre aber auch immer theoretisch zwischen den gleichen zwei Menschen auch anderes möglich, wenn wir uns bestimmte Bedingungen stellen. Und dann eben zu unserer Überraschung, weil wir gar nicht damit rechnen. Auf eine gewisse Weise ist es gerade bei Menschen, von denen man erwartet, dass sie einem gleich wehtun werden und dass sie gleich schlimme Dinge sagen werden oder schlimme Dinge machen werden. Und wenn diese Menschen dann das nicht machen, ist eigentlich sozusagen in diese gute Dynamik reinzukommen, gerade deswegen besonders leicht, weil die Erwartungen so unterirdisch niedrig sind. Ja, von bestimmten Menschen erwarten wir gar nichts Gutes und sind dann umso überraschter, dass das möglich ist. Die Frage ist halt immer die nach der Stabilisierung. Wenn das mal ausnahmsweise passiert, sagen wir, ja, der hat das ja nur gemacht, weil und das ist ja nur sein, das ist nicht sein wahres Gesicht oder irgendwie sowas, werden wir sagen. Also zu sagen, es geht natürlich immer um Stabilität. Die Frage ist, ist das stabil möglich? Dass das mal situativ möglich ist, würden vielleicht viele, nicht alle, unterschreiben. Dass mal in einer Ausnahmesituation ein Mensch, der ganz furchtbar ist für einen, auch mal nett sein kann, freundlich sein kann, hilfreich sein kann, empathisch sein kann, das würden viele noch zugestehen. Aber die Stabilisierung, so erleben wir das nicht im Alltag. Und das erleben wir halt deswegen nicht im Alltag so, weil wir im Alltag, ich würde wirklich so sagen, das ist eine sehr verkürzte Redeweise. Also eigentlich müsste man das so entfalten, was da alles in dieser verkürzten Redeweise drin liegt, weil wir im Alltag nicht so agieren, als ob wir eine Psyche hätten. Wir verdrängen, dass wir alle psychologische Wesen sind. Und das heißt, dass wir auch alle intern irrekomplex sind. Jede von uns, jeder von uns, ausnahmslos, jeder. Es gibt keinen einfachen Menschen mit nur einem Gesicht und nur einer Seite. Das ist Blödsinn, ja, völliger Blödsinn. Wird nicht uns gerecht, nicht der Komplexität, die wir mitbringen, wir alle. Und ja, die Frage ist halt, was machen wir draus? Weil wir Menschen sind fähig, sehr viel bessere Interaktionen, sehr viel bessere Beziehungen, sehr viel bessere Gemeinschaften, sehr viel bessere Gesellschaften zu bilden, als wir faktisch sozusagen von unserer Performance her mittlerweile, derzeit, bislang realisieren. Wir bleiben unter unseren Kooperationsmöglichkeiten, zu denen wir an sich in der Lage sind, wie wir immer mal wieder punktuell zeigen. Punktuell sehen wir immer wieder, da wäre mehr drin. Ja, also wir sind zu Besserem fähig als das, was wir gemeinsam realisieren. Und ganz wichtig, geht es nicht um Schuld zu schreiben. Es geht nicht darum, dass es böse Menschen gibt, die schwierig sind oder schwierige Menschen gibt, die das Problem sind. Das ist nicht das Problem. Das Problem liegt nicht bei diesem und jenem. Das Problem liegt zwischen uns, in der Form unserer Begegnung, in der Form unserer Interaktion und unter den Bedingungen, die wir uns selber stellen, unter denen wir dann eben sozusagen miteinander zu tun haben im Alltag, unter denen wir dann interagieren, unter denen wir dann in Beziehung treten zueinander, in denen wir uns dann begegnen. Die Bedingungen, die wir formen, sind das Entscheidende. Und ein ganz banaler Faktor zum Beispiel, damit das nicht ganz so, wie soll ich sagen, abstrakt bleibt. Ja, also es ist immer noch abstrakt, aber so eine Stufe etwas konkreter. Was heißt das? Zum Beispiel haben wir viele Sozialsysteme so gebaut, dass sie viele von uns unter beständigen Stress setzen. Aber unter Stress sind wir nicht sonderlich kooperativ. Unter Stress sind wir nicht besonders mitdenkend. Unter Stress sind wir nicht besonders empathisch. Und Empathie ist letztlich das Erste, was drauf geht, wenn wir gestresst sind. Das ist das Erste Programm, das abschaltet in unserem Apparat, nenne ich es mal. Und also du kannst von dauergestressten Menschen nicht sonderlich viel Empathie erwarten, eigentlich gar keine. Weil sozusagen die Leute sind im Notfallmodus, im Notstandsmodus. Und in diesem Notstandsmodus werden unsere Empathieschaltkreise ausgeschaltet. Aber viele Sozialsysteme, wie wir sie gebaut haben, setzen uns an den derartigen Stress dauerhaft, dass wir sozusagen nicht mehr erwarten können von Menschen, die in diesen Zuständen sind, dass sie empathisch sein können. Das betrifft zum Beispiel, um es noch ein bisschen konkreter zu machen, viele Ärzte. Was tun wir da? Wir haben unsere Ärztinnen und Ärzte in ein System gesperrt, in dem sie beständig Stress haben und wundern uns dann, dass sie so sozial inkompetent agieren. Du musst nicht Ärzte zu GFK-Trainings schicken oder andere komischen Methoden lernen lassen, wenn du sie gleichzeitig in einem System agieren lässt, das super, super stressig für sie ist. Indem sie selber ständig über menschliche Grenzen drüber gehen, weil Menschen, die über ständige Grenzen drüber gehen, die also faktisch sich unempathisch verhalten, sich selbst gegenüber, das sind Menschen, die auch nicht mehr empathiefähig sind gegenüber ihren Patienten und Patientinnen. Das gleiche zum Beispiel Chefs und Vorgesetzte. Viele Chefs und Vorgesetzte werden Chefs und Vorgesetzte dadurch, dass sie über ihre eigenen Grenzen gehen, dass sie von sich selber mehr verlangen, als man von einem Menschen verlangen kann. Das geht um Ruhezeiten, das geht um Arbeitszeiten, das geht um wie kompetitiv das Ganze ist, was eben auch Stress ist für ein Wesen wie uns. Ab und zu haben wir es ganz gern kompetitiv, aber nicht die ganze Zeit. Viele Menschen, die Chefs und Vorgesetzte sind, sind in einem dauerkompetitiven Umfeld, dass sie als Menschen beständig unter Stress setzt, dass diese Menschen, wenn dann Mitarbeiter kommen und Befindlichkeiten haben, wie es dann immer so schön heißt, also was brauchen, kurz gesagt, und zwar dringend, dass diese Menschen, vorgesetzte Chefs, Führungskräfte, dann nicht mehr gut reagieren, kann man ihnen nicht vorwerfen. Das wäre übermenschlich, das dann noch zu können. Und das betrifft auch Menschen, die sehr wohlwollend sind. Die wollen das besser machen, können das aber nicht mehr, weil sie selber gar nicht in dem Zustand sind, das besser machen zu können. Oder Eltern, nehmen wir Eltern. So gut wie alle Eltern heute nehmen sich vor, gute Eltern zu sein. Als Betroffener kann ich sagen, mein Scheitern als Elternteil ist dauerhaft und fulminant. Ich wurde allerdings mental schon darauf vorbereitet, dass es so sein würde. Also ich hatte die Erwartung nicht, dass mir das gelingen könnte. Insofern ist die Enttäuschung nicht ganz so groß, aber natürlich ist sie trotzdem irgendwie da. Also wir haben unsere, die Leute, die, sag ich mal, neutraler Kinder beim Großwerden begleiten. Das ist eine größere Gruppe als nur die biologischen Eltern. Das sind auch Großeltern, das sind auch manchmal Tanten und Onkels, das sind manchmal Geschwister, das sind manchmal Nachbarn, die da mithelfen. Das sind alle professionellen Kinderbetreuer, im weitesten Sinne des Wortes. All die Menschen, die bei Kinder betreuen, all diese Erwachsenen, haben wir diesen Menschen die Bedingungen gestellt, um die entspannten, empathischen, verantwortungsvollen Erwachsenen sein zu können, die Kinder brauchen als Gegenüber, um sich gut entwickeln zu können. Da kann man ganz klar sagen, nein, haben wir nicht. Also das Scheitern von uns allen als Erwachsenen in der Begleitung unserer Kinder ist systemisch und nicht uns individuell anzulasten. Und systemisch ist es durchaus anzulasten, aber dann reden wir halt wieder über Politik. Da reden wir über politische Bedingungen des zum Beispiel Elternseins oder Erzieherseins oder Lehrerseins oder was auch immer. Tagesmutterseins, Hebammeseins. Also all die Menschen, die daran beteiligt sind, Kinderärzteseins. Die Menschen kriegen nicht, wir stellen uns selber die Bedingungen nicht, die wir brauchen, um für Kinder gut da sein zu können. Und das ist also der entscheidende Punkt. Wir sind natürlich in der Lage, es besser zu realisieren, aber nicht unter solchen Bedingungen. Wir haben lauter Stresssysteme geschaffen und wir bagatellisieren das. Und das meine ich mit, wir tun so, als hätten wir keine Psyche. Also wenn ich heute zu Leuten in Verantwortungsposition gehe und sage, du, so kann es nicht weitergehen oder das ist schwierig und da müssen wir es ändern, dann, da leidet Mensch X oder da leide auch ich selber, ist das Erste, was ich reflexhaft bekomme von diesen Menschen, Bagatellisierung. Es ist ja nicht so schlimm, wird in tausend Sprachen auf tausend Weisen gesagt. Warum reagieren diese Menschen so? Weil sie überfordert sind. Nicht überforderte Menschen würden nicht sagen, oh, ist ja nicht so schlimm oder da bist du ja selber schuld, mach mal selber was. Das würden diese Menschen nicht sagen, sondern wir sagen, okay, jetzt setzen wir uns zusammen und kümmern uns. Ja, Störungen haben, Vorrang, wir müssen was machen. Wir müssen uns als Gruppe, als Gemeinschaft hinsetzen, weil da hat einer von uns oder eine von uns ein Problem. Und wenn auch nur einer und eine von uns ein Problem hat, setzen wir uns zusammen hin und lösen das, sodass nicht zum Beispiel jetzt ein anderer ein Problem kriegt, sondern dass das Problem, das dieser Mensch gerade akut hat, gelöst wird, ohne dass daraus Probleme für andere entstehen. Also sozusagen, man sieht denjenigen, der das Problem adressiert und äußert mehr als eine Art, weiß ich, wie ich es mal sagen soll, Antenne oder Whistleblower oder so. Es ist dann nur die zufällige Stelle im System, die sagt, dass das Gesamtsystem ein Problem hat. Also eine menschliche Gemeinschaft, die realistisch agiert, wäre insofern immer eine Gesellschaft mit politischem Mindset, dass sie verstehen würde, dass es nie eigentlich das Problem des Einzelnen ein Problem des Einzelnen ist. Gar keins von uns. Dafür sind wir viel zu vernetzt und viel zu soziale Wesen. Also die Wissenschaft verwendet immer wieder aus verschiedenen Quellen den Ausdruck für Menschen, und zwar im Vergleich mit anderen Tierarten als hypersoziales Wesen. So werden wir wissenschaftlich mittlerweile gesehen. Als besonders soziale Spezies, die besonders eng vernetzt ist, auf Weisen, die wir selbst bei anderen sozial lebenden, in Gruppen lebenden Tieren in dieser Form noch nicht ganz so finden. Natürlich in Ansätzen, aber noch nicht ganz so. Wir sind da was wirklich Besonderes, gerade aufgrund unserer Sozialität, unserer natürlichen Sozialität. Und weil das so ist, ist es absurd, wie wir heute damit umgehen, zu sagen, das ist ja von dem, dem sein Problem oder der ihr Problem. Die soll da mal einfach was machen und dann ist es ja gelöst. So würden wir in einer Gesellschaft, die nicht sich selbst unter Dauerstress setzt, gar nicht agieren, sondern wir sagen, schön, dass da jemand überhaupt den Mund aufmacht und sagt, da ist ein Problem, weil letztlich wahrscheinlich betrifft es mehr Leute. Mindestens dadurch, dass dieser Mensch ein Problem hat, werden dann mindestens mittelfristig, langfristig auch andere ein Problem kommen. Oder es ist sogar so, dass der Mensch, der den Mund aufmacht, nur der Erste ist, der den Mund aufmacht. Heimlich haben das Problem auch schon länger andere, die sich nicht getraut haben, was zu sagen oder die vielleicht das Problem haben, aber noch gar nicht bemerkt haben. Es arbeitet schon, aber es hat noch nicht das Bewusstsein erreicht. So würden wir in guten menschlichen Gemeinschaften immer agieren. Wir würden dankbar sein für die Störenfriede, die sagen, da ist was nicht gut. Weil sie sagen, okay, dann können wir was machen, aber als Gemeinschaft. Und wir würden uns gemeinschaftlich verantwortlich fühlen dafür, dass es eben nicht nur diesen Menschen besser geht, sondern dass wir bei der Lösung des Problems dieses Menschen oder dieser Menschengruppe nicht aus Versehen für andere Menschen ein Folgeproblem erzeugen. Deswegen würden wir uns immer zusammen hinsetzen, um das zu garantieren. Weil die ersten Lösungsideen, die wir meistens haben, sind Lösungen auf Kosten anderer. Ja, wo es dann anderen schlechter geht. Und das ist ein Nullsummenspiel. Da ist nichts gewonnen. Probleme, also Lösungen, die so sind, dem einen geht es jetzt besser, dafür geht es jemand anderem schlechter, sind keine Lösungen, sondern Problemverschiebungen. Wir brauchen keine Problemverschiebungen, wir brauchen echte Lösungen. Die kriegen wir nur gemeinsam hin. Und so würden also Führungskräfte, Chefs und was auch immer agieren, dass sie das anschieben, dass das in Gang kommt, wenn sie nicht selber gestresst werden. Aber in dem Stresszustand, dass ihnen das selber alles zu viel ist in Wirklichkeit, das sagen sie natürlich nicht laut, weil sie sich gerade als Chefs und Führungskräfte nie als Überforderte darstellen dürfen. Genauso wenig wie Berufspolitikerinnen sich hinstellen dürfen und sagen, mich überfordert das hier einfach alles. Ich kann eure Probleme ja gar nicht lösen. Was erwartet ihr von mir? Weil das vorgesetzte Führungskräfte, Chefs nicht dürfen, ohne ihre Position zu verlieren, sagen sie das nicht. Und was machen sie dann stattdessen? Sie bagatellisieren die Probleme, die da sind. Das kann man ihnen als Menschen nicht nachsehen. Menschlich ist das nachvollziehbar, dass Chefs so agieren in ihrer Situation. Also hat gesagt, jeder, der in ihrer Lage wäre, würde über kurz oder lang so agieren. Das ist kein persönliches Problem von diesem oder jem Chef. Es ist wieder ein Systemproblem. Sie sind nur an einer zufälligen Stelle im System, nämlich der Position Führungskraft, der Position Vorgesetzte, der Position Chef. Und jeder, der an dieser Stelle wäre, hätte ähnliche Probleme. Von der Persönlichkeitsstruktur wäre es für den einen so, dass da einen mehr das stresst, den anderen das stresst. Aber dass die alle gestresst sind, das ist ihr gemeinsamer Nenner. Ja. Und Chefs, die nicht gestresst sind, das sind die Schlimmsten, weil das sind Psychopathen. Also Leute, die wirklich in dieser Position des Verantwortungsträgers cool sind, weil ihnen eigentlich alles egal ist, weil sie sowas wie Empathie kaum kennen, das sind die natürlich die Schlimmsten. Also gute Chefs sind Chefs, die an der Chefposition leiden. Das sind die Guten. Ja, die überfordert sind und vielleicht sogar so mutig sind und so gut genährt sind, dass sie sogar ihre Überforderung offen als Selbstoffenbarung kommunizieren können. Das können wirklich nur wenige. Es gibt wenige Chefs, die diese Größe und diese Stärke haben, offen zuzugeben, dass sie einfach nur überlastet und überfordert sind und dass ihnen das gerade zu viel ist. Die meisten machen halt was anderes, sie gehen in die Gegenaggression. Bagatellisierung ist Gegenaggression. Wenn ein Mensch zu dir kommt und sagt, ich habe ein Problem und du erklärst dem Mensch dann, dass er aber gar kein Problem hat, sagst du ihm eigentlich, dass er gar kein Problem zu haben hat und das ist aggressiv. Die meisten Chefs reagieren auf Problemadressierungen faktisch aggressiv. Das kann man ihnen aber trotzdem als Mensch nicht nachsehen, weil die Systeme falsch gebaut sind. Das ist ein Systemproblem. Wir müssten, damit das anders ist, damit wir regelhaft andere Reaktionen kriegen, die Systeme ganz anders abbauen und tatsächlich extrem viel bequemer und das hat keine gute Lobby. Ja, wenn ich jetzt komme und sage, wir müssen die sozialen Systeme bequemer für uns bauen, weil wir alle eine Psyche haben, weil wir alle psychische Grenzen haben, dann wird man mit dem Wort Bequemlichkeit keinen Blumentopf gewinnen. Wie, du willst es bequem haben? Ja, so weit kommt es noch. Ja, das ist aber genau das, was sie brauchen. Unsere Systeme sind nicht fordernd, sie sind konsequent überfordernd. Wir sind alle nicht in der Challenge-Zone, wir sind alle in der Panic-Zone und das die ganze Zeit. Wir sind die ganze Zeit drüber und zwar massiv drüber und davor verschließen wir die Augen. Wir spielen, dass wir nicht drüber sind, weil wir es nicht besser und anders kennen, weil wir uns nichts Besseres anderes vorstellen können. Also wenn man uns da was vorwerfen will, dann ist es mangelnde Fantasie oder mangelnder Glaube oder mangelnde Hoffnung, dass was Besseres möglich ist. Das kann man uns vorwerfen und dann arrangieren wir uns halt mit den Verhältnissen, weil wir denken, es kann ja eh nicht anders sein. Aber nur weil wir uns entschlossen haben, aus Fantasielosigkeit uns zu arrangieren, heißt das nicht, dass wir diese Zustände trotzdem aushalten können. Was dann passiert ist, und das ist beobachtbar, die Leute werden krank. Und ich weiß nicht, in wie vielen Firmen ich jetzt schon war mit einem irren Krankenstand. Also ich war, habe ich jetzt schon oft erzählt, ich hoffe immer, dass ich nicht übertreibe, aber wenn ich so durchzähle, komme ich auf 15, 16 Firmen, von denen ich wirklich Teil war, also die ich nicht nur als Berater von außen gesehen habe, sondern wo ich einen Vertrag hatte und Teil des Sozialsystems war, jemand, der regelmäßig da war und gearbeitet hat, habe ich ca. 15, 16 Firmen sehen dürfen und nahezu überall erinnere ich mich an einen irren Krankenstand. Die Leute hatten komische Krankheiten, die, wenn man sich ihre Arbeitsverhältnisse und wie es ihnen da ging, angeschaut hat, überhaupt nicht erstaunlich waren. Das heißt, alle möglichen Leute somatisieren die ganze Zeit, weil das sozial akzeptiert ist. Körperliche Erkrankung gilt als sozial akzeptabel, während die Probleme eigentlich, ich würde noch nicht mal sagen, rein psychisch sind, sondern in der Sozialstruktur leben. Wir haben soziale Systeme, die uns nicht gut bekommen und der Ausweg, den wir dann finden, ist, wir werden körperlich krank, die meisten von uns. Zumindest war das lange so, solange psychische Krankheit noch ein Tabu war. Mittlerweile gehen viele auch in die offenen, in die psychische Erkrankung, also sozusagen, da werden eben alle möglichen psychischen Krankheiten diagnostiziert. Das ist eine gesellschaftliche Entwicklung, weil das akzeptierter ist. Früher war es nur akzeptiert, körperliche Krankheit, da sind die Leute halt körperlich krank geworden, weil das war, wie du halt dann darauf antworten konntest, mit dem du da halt ausgesetzt warst. Und das, egal ob wir jetzt sagen, psychische Krankheit, physische Krankheit oder beides, Fakt ist, dass wir unsere Sozialsysteme nicht menschengemäß gebaut haben, sondern sie krankmachend gebaut haben und das gilt so gut wie überall. Es gibt ganz kleine Inseln der Seligen, meistens aufgrund, auf dem Rücken irgendeiner Chefin oder irgendeines Chefs, die selber drauf geht oder der selber drauf geht, weil er halt da Übermenschliches zu leisten versucht, bis er es halt selber nicht mehr kann. Das sind so diese kleinen Inseln der Seligen, diese kleinen vorübergehenden Biotope, die sich bilden, wo man wirklich gut sein kann als Mensch, wo man wirklich gut zusammenarbeitet. Das ist aber immer instabil. Nichts davon konnte bislang ein bisschen stabilisiert werden. Es gibt also ganze Firmen, die das versuchen. Ist ja auch kein Geheimnis, im New-Work-Bereich. Ich halte diese Systeme auch für instabil. Die werden nicht dauerhaft Bestand haben. Die haben auch die Tendenz zum Kollabieren aus verschiedenen Gründen. Das führt hier in diesem Video zu weit. Worüber ich gerne reden würde, ist, wie wir das stabil kriegen. Und zwar realistisch stabil kriegen. Nicht in unserem Wunschdenken, sondern wie kriegen wir das rein technisch hin, dass wir Sozialsysteme haben, die uns nicht auf eine Weise stressen, wo wir am Ende alle krank werden. Und zwar vor der Zeit, wo das so altersmäßig kaum mehr zu vermeiden ist. Wo man auch mal reden könnte. Ob diese ganzen Dementen und ob diese ganzen schwer nur noch über Zipperlein und Krankheit redenden älteren Menschen. Also ich gehe mit sieben Meilenstiefeln genau darauf zu. Ich, also persönlich betroffen, und ich bin eher in meinem Privatleben umgeben von Menschen, die noch ein bisschen älter sind als ich. Also ich bin ein bisschen früher damit konfrontiert als vielleicht andere, die eher jüngere Freunde haben. Ich habe halt eher immer ältere Freunde gehabt. Also sozusagen, ich rede hier als Betroffener. Was ich sagen will ist, da könnte man auch mal drüber reden, ob das so normal ist. Ja, ob dieser Verschleiß durch das Arbeitsleben und Familienleben und den ganzen Wahnsinn, in dem wir leben, ob das wirklich nicht anders möglich ist. Ja, weil es gibt natürlich biologische, genetische Faktoren, kann man nicht von der Hand weisen, die gibt es. Aber ob das Ausmaß, wie Menschen dann ab einem bestimmten Alter abbauen und wie viele Operationen die haben und wie viele psychische Probleme die haben, ob das nicht vielleicht auch ein Effekt davon ist, wie wir die Gesellschaft gebaut haben. Darüber können wir ja auch mal reden. Tun wir das wirklich? Reden wir da über Gesellschaft oder individualisieren, privatisieren, personalisieren wir wieder die Probleme? Machen Sie zu Problemen des Einzelnen und der Einzelnen, die nichts mit der Form unserer Gesellschaft zu tun haben. Ja. Und wie wir miteinander leben und wie wir miteinander umgehen im Alltag. Weil wenn ich mir anschaue, wie Menschen im Alltag agieren, und gerade im Arbeitsleben und Familienleben, dann ist das, was mich am meisten wundert, ist, wie viel die Leute aushalten. Die allermeisten erwachsenen Menschen sind in meiner Wahrnehmung über die Maßen tapfer. Und zwar teilweise so tapfer, dass sie sogar ihre eigene Tapferkeit verbergen. Das heißt, wenn du zu deinem Erwachsenen hingehst und sagst, das finde ich ja unglaublich, was du da aushältst, dann bagatellisieren sie das selber und sagen, es sei ja nicht so schlimm. Ist es aber trotzdem. Nur weil dir ein fucking Mensch sagt, dass das nicht so schlimm sei, heißt das nicht, dass es nicht schlimm ist? Weil diese Wahrheiten, über die ich hier zu reden versuche, sind letztlich Wahrheiten des menschlichen Körpers. Das ist unabhängig davon, was das liebe kleine Bewusstsein wahrhaben will oder nicht. Das sind physiologische Prozesse. Und deswegen ist also somatisieren eine ganz folgerichtige Entwicklung. Es agiert halt der Körper aus, also etwas, was dann körperlich auch wirklich wahrnehmbar, messbar und sichtbar ist, wenn halt die sozialen Beziehungen beschissen sind. Wenn Leute ständig Ohnmacht erleben, wenn sie ständig erleben, dass sie Probleme haben, für die sie verantwortlich gemacht werden, für die sie aber gar nicht verantwortlich sind. Wenn sie ständig in Ambivalenzen und Ungewissheit agieren, und zwar in einem Ausmaß, der psychisch wirklich nicht gesund ist oder auf der Ebene Double Bind liegt, und zwar beständiger Double Bind. Wenn sie ständig überfordert sind, wenn sie keine soziale Sicherheit haben, wenn die Fluktuation extrem groß ist, sodass sie uns Menschen überfordert. Wir Menschen können nicht beliebig viel personelle Fluktuation ertragen. Das ist, was ich auf experimentellem, leidhaften Weg rausgefunden habe. Also wie viel Beziehungsdurchfluss ist denn möglich für eine Menschen zu managen? Da gibt es Grenzen. Wenn du eine Firma extrem viel Fluktuation hast, geht es in der Regel allen schlecht. Weil wir nicht ständig neue Beziehungen aufbauen können. Das können wir mal. Und dann sind wir auch sehr gut da drin. Aber wir können es nicht ständig. Und es gibt Firmen, da hatten Leute in einem Fiskaljahr drei Chefs und das nicht im ersten Jahr. Wir müssen zu jedem Chef wieder eine neue Beziehung aufbauen. Gut, auch daran kannst du besser werden. Dann lernst du halt, wie baue ich immer wieder zu einem neuen Chef oder einem neuen Chef in der Beziehung auf. Kannst du lernen. Aber so richtig gut tut dir das nicht. Oder immer neue Kollegen. Und da muss man sich immer wieder gewöhnen. Und jeder hat seine Eigenheiten. Da gibt es auch zu viel Dynamik. Wir Menschen vertragen eine begrenzten Ausmaß der Dynamik. Und dann ist sie sogar schön und abwechslungsreich und anregend. Aber es gibt auch einen zu viel. Und viele Menschen, viele von uns, leben in diesem zu viel als Dauerzustand. Da ist zu viel Unruhe, zu viel Dynamik, mehr als wir wegarbeiten können. Und dann gibt es Menschen, denen ist das klar. Und Menschen, die bagatellisieren das. Die tun so wiederum, da ist ja nichts. Ist ja nichts schlimm dran. Ja, und es ist schlimm. Und das zeigt sich dann meistens physisch. Also ich könnte jetzt aufzählen. Merkwürdige Krankheiten, die gehäuft vorkamen in Firmen und Teams, für die ich gearbeitet habe. Ich finde das nicht überraschend. Ich finde das menschlich. Die Leute werden krank. Weil die Systeme so gebaut sind, dass sie krank machen. Und das ist nicht die persönliche Schuld dieser Menschen. Das ist halt menschlich. Menschen sind etwas Bestimmtes. Es hat bestimmte Grenzen. Und wenn du über die Grenze ständig drüber gehst, dann werden halt Menschen krank. Das ist die Natur der Dinge. Also kurz gesagt, unser Bewusstsein lässt sich da belügen und betrügen. Und wir können uns schöne Geschichten erzählen. Aber der Körper lässt sich nicht betrügen. Der Körper ist Natur. Und mit Natur kannst du nicht dealen. Du kannst Menschen wegen dem Klimawandel behumsen, aber du kannst dich die Natur behumsen. Die Rechnung kommt zurück. Und das ist auch bei unserem Körper so. Du kannst so tun. Du kannst Mittelchen einnehmen. Du kannst so tun, als ob es nicht schlimm wäre. Aber irgendwann will der Körper, dass die Rechnung beglichen wird. Und bei den allermeisten ist das so. Und dann kriegst du also diese Leute, die letztlich laufende, wandelnde, ja, Kranken oder Leichen letztlich sind, die noch rumlaufen und einfach kaputt sind von dem, was sie sich da angetan haben. Also dieses Gut für sich Sorgen geht nicht los, wenn man 50 ist oder 60 ist. Es geht los ab da, wo man zum Beispiel ins Arbeitsleben oder Familienleben eintritt. Da geht die gute Selbstsorge los und das Nicht-Übergrenzen gehen. Wenn die Leute dann 30, 40 Jahre so gelebt haben, dann ist es halt, wie es ist. Dann muss halt die Rechnung gezahlt werden. Und dann kommen die vielen Operationen, dann kommen die vielen psychischen, komischen Haus, die Leute entwickelt haben, aber die alles schon Antworten sind, eigentlich alles Lösungen sind für Probleme, die ihnen halt die sozialen Systeme gemacht haben. Also die meisten psychischen Erkrankungen sind keine Probleme und keine Krankheiten, sondern Antworten. Und zwar oft sehr kreative Antworten. Also da empfehle ich immer Gunter Schmidt. Also wenn man Gunter Schmidt zuhört, wie er über die Arbeit mit Menschen mit psychischen Erkrankungen redet, da wird spürbar, dass jede psychische Erkrankung primär erst mal eine Lösung ist. Ja. Vor dem Hintergrund eines noch schlimmeren Zustands, der eingetreten wäre, wäre diese psychische Erkrankung nicht ausgeformt worden. Und das ist natürlich sehr quer zu dem, wie wir im Alltag darüber denken und reden und das auch im Alltag wahrnehmen. Unmittelbar. Das ist also der zweite Blick oder dritte Blick auf die Sache, die zeigt, dass die meisten Dinge auf der Ebene sekundärer Krankheitsgewinn liegen. Ja. Oder auf der Ebene kreative Lösung des Menschen angesichts unmenschlicher Verhältnisse. Ja. Und viele psychische Erkrankungen sind Antworten, reaktive Antworten und eben auch Versuche, mit etwas klarzukommen, womit wir Menschen eigentlich nicht klarkommen können. Und wir leben halt in ein System, das das bagatellisiert oder dann zu Profis abschiebt. Ja. Dann gehst du dann zum Arzt und dann gehst du dann zum Therapeuten, dann gehst du zum Psychiater und der soll dann Probleme lösen, die er aber auf der Ebene gar nicht lösen kann. Er kann halt die Symptome behandeln. Aber das geht ja nicht an die Wurzel. Die Wurzel liegt ganz woanders. Nämlich in der Art, wie unser Alltagsleben organisiert ist. Wie es in unseren Firmen aussieht. Wie wir Familie organisiert haben. Und auch natürlich, wie wir Politik organisiert haben. All das löst beständigen Stress in uns aus und naja, dann werden Menschen krank. Jo. Das ist die Welt, in der wir leben. Und wie gesagt, ich sehe es nicht als unsere individuelle Schuld. Ich sehe es, wenn es überhaupt in Schuldkategorien wandelt wird, auf absurde Weise eine kollektive Schuld. Wir sind gemeinsam daran schuld, dass wir in einer Welt leben, die nicht menschengemäß ist. Die uns alle beständig überfordert, in die es uns einfach schlecht geht. Und das ist so ein bisschen auf der Ebene, wie man sich bettet, so liegt man. Das so liegt man ist unser Alltag. Das wie man sich bettet ist unser politisches System. Jo. So wie wir unser politisches System gemacht haben, so ist dann unser Alltag. Und da kann man einfach sagen, wir haben unser Bett nicht gut gemacht. Dieses Bett ist fehlkonstruiert. In diesem Bett kann man nur massive Nacken, Rücken, Kopfschmerzen und andere Störungen entwickeln, weil das einfach schlecht gebaut ist, nicht mit Blick auf uns. Wir haben ein System gebaut, das an uns vorbeigebaut ist. Das nicht liebevoll, freundlich, empathisch berücksichtigt, wie wir Menschen in der Realität sind. Es ist ein anthropologisch, menschlich unrealistisches System, das wir gebildet haben, das nicht damit dealt, gilt, wie wir wirklich sind. Und was ich mir wünsche, ist dringender anthropologischer Realismus, der für mich synonym ist mit psychologischer Realismus. Jeder Mensch hat eine Seele, die ist in sich extrem komplex und sie verdient sehr viel Aufmerksamkeit bei jedem einzelnen Menschen. Und derzeit leben wir in einem Zustand, wo wir diese Aufmerksamkeit häufig nicht so gern haben, weil es häufig tatsächlich heute nicht so Gutes heißt. Also wenn dich Leute psychologisch betrachten, dann hat das meistens nicht die Folgen für dich, die es haben sollte, also keine guten, sondern es heißt, dass die Kacke am Dampfen ist und es dir wahrscheinlich demnächst noch schlechter geht, als es dir gerade eh schon geht. Deswegen mögen Menschen Psychologie nicht. Ja. Aber das ist trotzdem das, was wir brauchen. Wir brauchen einen psychologischen Blick auf uns alle. Und das nicht erst, wenn wir krank sind, sondern vorher. Im Sinne einer, vielleicht nicht Salutogenese, sondern einer Saluto-Erhaltung. Also, dass Menschen nicht krank werden systematisch. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie bauen wir unsere sozialen Systeme, dass sie uns nicht systematisch krank machen. Das betrifft gerade auch unsere lustigen Managerlein, Führungspersonalen und so. Wir können nicht von diesen Leuten erwarten, dass sie irgendwie noch menschenfreundlich agieren, wenn ihre Position selber höchst menschenunfreundlich gestaltet ist. Wo sie beständig sich und anderen Gewalt antun müssen, um diese Position zu halten. Wenn wir diese Systeme so bauen, dürfen wir uns über gar nichts wundern. Wenn unser Führungspersonal zur Unempathie gezwungen ist vom System, dürfen wir uns über nichts wundern, was danach passiert. Und so sind die Systeme gebaut. Unsere Chefs sind alle überfordert. Unser Führungspersonal ist durch die Bank überfordert und bagatellisiert dann menschlich allzu menschliche Probleme und das gewohnheitsmäßig. Und menschliche Bedürfnisse haben die Struktur, dass sie da sind wie objektive Tatsachen. Wenn es wirklich ein Bedürfnis ist, dann ist es ein physiologischer Prozess. Alles, was Bedürfnis ist, ist wirklich im strengsten Sinne des Wortes körperlich und äußert sich in körperlichen Prozessen. Also hinterlässt Spuren in und an unserem Körper. Und deswegen sind diese Prozesse objektiv da. Sie sind gar so objektiv da, wie der Klimawandel da ist. Sie sind gar so objektiv da, wie ein Autounfall da ist. So objektiv ist das, was mit unserem Körper passiert, wenn Bedürfnisse nicht adressiert und nicht befriedigt werden und das dauerhaft. Dann fangen Menschen an, krank zu werden und sie können auch nicht stoppen, krank zu werden, sondern sie können manchmal so ein bisschen drehen, welche Art von Symptomen sie entwickeln, also in welche Richtung sich die Krankheit entfaltet. Aber dass sie krank werden, können sie nicht ändern. Weil das ein objektiv naturaler, körperlicher Vorgang ist. Und das bagatellisieren wir. Wir tun so, als könnten wir darüber anders reden und dann ist es anders. Also das ist Mindfuck. Oder eine Überschätzung der Möglichkeiten, die mittels Sprache und Framing gegeben sind. Nur weil du dem anderen Frame gibst oder es sprachlich anders benennst, ist das Problem nicht weg. Weil körperlich passieren immer noch die gleichen Dinge. Jemand ist massiv dauerhaft gestresst, weil er nicht kriegt, was er braucht oder weil sie nicht kriegt, was sie braucht und dann wird diese Person, dieser Mensch krank. Auf die eine oder andere Art. Je nach persönlicher Neigung der Krankheitsentfaltung. Und das ist kein Problem, das wenige betrifft, das ist letztlich ein Problem, das uns alle betrifft. Wir sind eine kranke Gesellschaft, weil wir die Systeme so gebaut haben, dass sie uns nur krank machen können. Und darüber gehen wir halt beständig hinweg und tun so, als wäre es nicht so. Und dann schieben wir es ab zu Ärzten und Psychiatern und Psychologen, die davon überfordert sind, weil sie diese Probleme gar nicht lösen können, sondern nur symptomhaft verarzten können. Aber zu den Wurzeln der Probleme, zu dem, was die Probleme verursacht, gehen wir nie in unserer beständigen Bagatellisierung. Ja, und insofern spielen wir alle, dass wir sehr viel härter sind und sehr viel weniger brauchen und im Grunde gar keine Seele haben. Das ist ein Spiel, das wir uns vorspielen, ein Theaterstück, das wir im Alltag spielen, das mit menschlicher Realität, mit menschlichem Realismus rein gar nichts zu tun hat. Wir sind eine menschlich unrealistische Gesellschaft durch die Bank, überall, wo man hingeht und überall, wo man hinschaut. Wir haben also dieses Kunststück als Menschen hingekriegt, eine durch die Bank menschenfeindliche, menschenunfreundliche Gesellschaft zu bauen, eine Gesellschaft, die nicht menschengemäß ist und die nicht in nicht artgerechter Menschen-Selbsthaltung besteht. Wir sind also eine Gesellschaft, die es geschafft hat, ein System zu schaffen, in dem wir uns selber ständig Gewalt antun. Das ist ein Kunststück. Kann man fast stolz drauf sein. Ist nicht richtig intuitiv, würde man nicht sagen. Also wenn man von außen als Alien-artiges Wesen hingeht und sagt, das ist so komische, affenartige Wesen, die haben geschafft, irgendwie angefangen, so ihre Gesellschaften bewusst zu gestalten und jetzt haben sie sie bewusst so gestaltet, dass sie ihn selber schlecht tun. Dann würden alle von außen sagen, what? Why? Warum? Was? Was machen die? Warum machen die das so? Ja, von außen ist das immer ganz leicht zu betrachten. Aber nicht, wenn man drin steckt. Jo, und wir alle stecken drin. Im Alltag mache ich mir auch keine solchen Gedanken. Ich gehe manchmal in die Alien-Position, wie jetzt gerade, und schaue mir die Dinge von außen an. Ist auch eine leicht krankhafte Neigung, meiner Meinung nach. Die Theoretiker-Neigung. Aber sozusagen, im Alltag mache ich mir solche Gedanken nicht, weil das kriege ich gar nicht hin. Im Alltag stecke ich voll drin, in all diesen Dynamiken, selber. Natürlich, wie alle anderen auch. Nur in Zeiten der Muße, die ich mir mühsam meinem Alltag abgewinne, kann ich mir überhaupt solche komischen Gedanken machen, die dann so pessimistisch, negativ daherkommen, aber die meiner Meinung nach einfach nur realistisch sind und nüchtern konstatieren, was einfach der Fall ist. Sagen, was ist. So, in diesem Sinne, besser wird es jetzt nicht. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass die Isonomie, dass die Demokratie gelost werden muss.